beiden ja das ist das war eine partie erinnerung also eine einladung von der partie warum kann ich jetzt noch was genau so ich bin hast wer essen mit dem charakter noch kein hart gemacht ja warte ich muss ja wieder auf teiten wechseln moment was macht mit diesem fabian das große gruppe ich würde sagen pech gehabt ist so mit seinem 400 jähriger mit seinem 391 warlock nichts amort amort hoff aus dressing los schatz es geht mal bitte pascal die führung ja ich post gerade so war auf der feld ist der niedrigste Lassi was können wir ändern eine Sekunde jetzt kommen die waren der Einspieler zum Vorschein nein ich brauche meinen Jäger ich finde hinten habe ich kein jahrheitszeug das sind dann gleich Level 160 oder so oder wäre das 160 ne ich habe ja noch ein Artefakt also bestimmt 200 noch was stimmt 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 ich komme niedriger schmeckt so was für ein smiley soll ich anherziehen was jetzt beigeben veröffentlicht habe ich das bilder fenster genauso viele junge same erst mal screenshotten so ich gehe jetzt erst mal runter auf 3 das reicht das mal ich habe bei whatsapp usw also whatsapp insta und so weiter alles auf dem jetzt kaputt auf da wenn es kommt niedriger als ich ich habe keine andere mehr waffe aber doch habe ich ein moment ich bin noch nicht fertig vor allem schlecht das einzige was ich nicht ändern kann was darf aber auch die hetzerache ich komme auf 121 geist und links halten mich oben aber von standard greist den weißen ich hatte ich hatte aber noch eigentlich gedacht gehabt da sehen auch den roten geister auf lichte 5 dieser besondere oder weißt du noch in jahr 1 der sparrow ok ich habe nicht damit gerechnet dass wir hier sind war gut gehen oh ja ich hab's vermisst mit atherons epilogue zu spielen man irgendwie habe ich gedacht bei dem einen kommentar den ich geschrieben habe ich gebe ich krieg ich ja ja was soll sie mal kriegen du bist was willst du von meinem leben du bist das ist guten tag auf uns nachher ja schön für dich auf was man will so dass ich verstehe guten tag Prozent dazu ist später rechts und neben das ich bin was legen diese ja ich bin glaub ich bock zu sterben oder ja atherons epilogue machen richtig fett schaden digga ich habe mir auch zu fünft warte ich muss einmal kuschel und anderen scout gewählt wechseln es geht nicht wie schon der konflikt der moment wenn du wieder 1800 schaden macht anstatt 77 befreiendes gefühl dins ja kannst du salat vorbeibringen ja meine mutter hat mir katzenfutter mitgebracht aber das esse ich nicht ich hab gehört das soll lecker schon von wem hast du das gehört von deiner katze meine mutter die hat mein ding probiert aber es war wohl anscheinend ach fuck ich brauche schweren nicht dass ich verreck ja ich muss nur das das ist warum reinzugs nicht und weiter geht's kopf 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 wieder habe versucht hat auch die versuchte das aus vorgleich gesundheit auch danke kopf die verständigen nun diesen killer und geschafft die auch die heute von neun stunden könnt ihr die audio mit einbeziehen ich bin so weak in grün in die mitte ich weiß ich weiß ich hab schon das war sie wir haben ein bisschen in destiny Ich hab zu viele russische Spieler, aber ich kann mich nicht heilen. Ich bin alt Russland. Ach, ach, ach. Was wollte ich jetzt sagen? Ach, lass drauf. Kann ich mich nicht wieder selber machen. Ja, es geht nur in einer... Man kann nur in einer Phase. Es muss eine Phase dazwischen sein, bis es wieder Ding ist. Aktiv. Ich hätte mich sterben lassen sollen. Wir sterben. Wie, Farb? Und sie weg. Laureen, du lebst dafür, ne? Dann geh doch mal ins Flutzraum vielleicht. Warum? Ne? Aus Sicherheit. Warum? Geh ich nicht. Ist halt doof. Ich mein, ich bin zwar scheiße, aber so scheiße bin ich auch wieder nicht. Naja. Ey, ich lebe wenigstens noch. Nix da. Gutes Argument. Ja, das ist ein Argument. Ich gehe rechts. Laureen, du gehst Mitte. Ich hoffe, links und links. Ach so, ja, wir sind nur noch... Hast du allgemeiner Tipp? Ich habe schon voll vergessen, wie der ganze Scheiß geht. Ja? Äh, bitte. Du von links mal mit in die Mitte, Notfalls. Jo. Vertrau dir diesen Job an. Ich glaube, ich darf das nicht. Enttäusch mich nicht. Jörg bin gleich就是��� Chapncks. Manastisch mich nicht. Einолог Pas oder nicht. Das ist einfach so, ja. Also, da ist es gerade woCoicki schon. Aber nicht nachher. Oh, warte, ähm, kommt's geschafft, gell, hinter dir ist ein Fanatiker, das Gründe war da. Oh, shit, ja, ich, die Raketen war einfach drauf, oh, Gott, die sind ja da auch, Mann. Rechts auch, ganz viele. Ich dachte, was machst du da überhaupt? Wir sind fertig, ich bin zurück. Versuchen. Schon vorbei? Müsst gleich vorbei. Hä? Wie bitte, Vince? Wenn der Templar jetzt weg ist, haben wir's geschafft. Gleich gut. Ja. Jetzt bring ich auch Loot? Ah, ne, jetzt in der nächsten Phase. Oh, jetzt kommt die Orakelphase. Oh, ich hab's in der ersten Phase. Wieder auf, irgendwie eben, ich guck dann noch das Versteckte. Ich bin rechts. Achso, soll ich mitte bleiben? Bitte. Ja, ihr müsst auch noch drauf, weiter drauf stehen. Rechts. Heldowns. Nightpass sind da. Auf die müssen wir mit achten. Links sind zwei, drei und rechts sind zwei. Drei. Bleibst du weg, Dinger. Okay, bei zwei sagen. Auf die müssen wir snipen. Fabi, du deckst mich und ich mach die Snippe. Okay, passt. Jetsche. Da. Gib du mir jetzt mein Bestes. Wieso steck ich... What the f... Nee. Ah, okay. Aufschlafen noch nie. Hurrakel. Du steck das, glaub ich. Ja. Ja. Scheißreflex, super. Einfach kommen wieder. Was? Ja, der zuckt aus. Acker kommen. I. Oder? Ja. Ja. Ganz rechts. Ganz rechts bei euch auf der rechten Seite. Versteckt. Geht das? Frei rechts. Nummer rechts. und dann noch einmal links Sniper sind gerade alle on point so ui ui Wenn ich urplötzlich wechseln sollte, kann es sein, dass ich auf dem Klo bin. Ich habe gerade so einen leichten Kotz. Ne, ich habe jeden Moment das Gefühl, ich habe einen Kotz. Ich gehe wieder auf die Gegner. Ich bin ziemlich tot. Ich bin ziemlich sehr tot. Man versteckt mich auch nicht wegen, wo sie sich halt nicht anhängen können. Wo ist denn der andere hier? Links. Halt da was schießen, indem er so haut auf mich. Ich kann mich gerade wenig konzentrieren. Warum muss ich nicht? Halt's Maul. Halt's Maul. Nicht jetzt. Hau ein. Und außerdem mit dem Kotzen bei mir spaß ich jeden. Oh Agentkiller, du stirbst gleich. Geht sterben. Und dann? Oh agentkiller, du kannst das. Und dann? Oh? Oh man, kommt mit. Keine? Oh man. Die sind mit. Ich habe nicht in den Kopf. Oh man, nicht in die Hand zu machen. Rechts Links Seite Rechts Keine Muni mehr Was kann ich mir mal kurz Muni holen? Können wir doch da noch eine Rolle Oh, eine kommt nicht Nein, wir kommen schon mal los Wir müssen mal rein Orakel Versteckt ist wahrscheinlich Rechts 3 rechts 3 rechts 3 rechts 3 rechts Lass ich mal gehen Versteckt Ist kaputt Oh Gott Nochmal rechts Nochmal rechts Jetzt war es die letzte Runde dann Vermüsste Was? Ah ne, wenn überall noch zweimal warm Glaube ich Auch grüne Muni Nein, ich hab Oh Gott die Neck Okay Nein, Pascal Ich hab keine ohne die wieder wieder gestorben ist Alter Alter Red 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 Nichts Naja Oh, rüst ich dort aus, oder? Ja, ja Rüst ich auch erstmal bei der Rüstung auchs, ne? Boah, die beiden Ehh, wieso? Ehh! guten tag zuschauer sind sieben stück meinung können wir moment gleich theo dieser stalker ich bin ich bin das kollekt habt ihr eigentlich was bekommen ja alle armen beine haben und beider ist klar wir haben so ein bruchstück bekommen wir nicht die sollten zwei stück werde ich bin ich habe sowieso das kollektor steht außer ich habe die armen beine eingesetzt oder was meinst du eingesetzt die die beine da musst du gesagt so ist in teiten haben beide bist du wer wirst du keine geht geht glaube ich habe es teil von den klingen auf den oberschenkeln die die erst immer selbst reinrammst wenn du durchdruckst und leid ich muss auf meinen spot wer nimmt jetzt von euch ich werde fürchtig stehen streitet euch darum recht ist noch ein die seite bereit 3 2 1 was war das noch mit dem ich habe wieder meine super ja da ist doch noch recht kurz bevor du machst ich muss einmal kurz meine super wieder tut mir leid so wird den orakel hier drüben gerade ein bisschen gefickt links ein orakel haupts linke rechts ein rohr rechts ist ganz rechts ich bin bereit ich kann diesen ja oh gott die doch gezählt orakel links Ja, rechts hinten. Rechts hinten. Shit, ich hab keinen Sniper-Money mehr. Ich muss noch kurz in der Runde rennen. Okay, bereit? Einen Moment bitte, ich hüpfe gerade. Moment. Ja. Hinten, rechts. Okay, ich hab wieder meine Super. Oh. Einen Moment bitte, kurz. Yes sir. Schieße. Oh Gott. Jetzt ruhig der Film. Nicht bewegen, sonst stürzt du noch hin. Ja, 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 mach schon, mach schon. Aber da muss ich jetzt gleich raus. Zerdauend? Nein, minimal. Oh Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Testen wir mit den Htien. Dankeschön. Oh mein Gott. Gut, ich schieße. Drei, zwei, eins. Ja, es klauen mit meinem Fuß. Wow. Oh, erster Versuch, erster Try. Ja, alles klar. Schuldig befunden, ja. Alles klar. Ey, ich hab schon wieder Aszendentenbuchstücke. Ich krieg Schicksalsbringer nicht. Ich kann... Oh, ich geh den Standortweg. Der Standortweg ist... Schön. Gehst du? Nee, okay. Wir haben so ne Sniper bekommen, geht klar. Uh, weit. Oh, warte mal. Ich muss wieder... Richtigen Schlitter anhauen, sonst hoff ich zu wenig Raketen. Au. Hallo, Kofflip. Koffhilp, sorry. Oh mein Gott, Fabi. Oh mein Gott, Fabi. Oh mein Gott, ich lebe noch. Warst du hinter mir? Ja, ich hab's gesehen. Ach so. Ah. Wär's gefallen, dann bin ich irgendwo abgebrochen. Du hast mich weggesetzt. Aber ich hab's überlegt. Wie du nicht gestorben bist. Aber hey, mich... Aber hey, mich hat's... ... genau zum doch ge... ... gepusht. Immerhin. Na, kommen. Aber schon mal in die Hände bespucken. Mal sehen, was ich bekomme. Uh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Alte Rote-Tot-Version. Der Whisky ist der, hä? Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. So, hier drüben. Oh, du hüpfst. Hier hin. Hüpfst. Hier hin. Hüpfst. Hier hin. Hier hin. Oh. Hier hin. Ähm, Gashi? Hier. Oh. Der, der winkt. Was? Der winkt. Hier oben. Was ist er da? Da hinten ist er. Nein. Kanäcki. Ja, wo? Warte. Warte. Nein, ich verarsch dich nicht. Ich steh hier. 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 Links hin dir. Wozu fix seid ihr bitte? Ja, der, der schießt. Der, der auf dich schießt. Oh, wer schießt auf mich? Der, der brennt. Ah, ok. Ja. Na ja, ich bin bei anderen gekommen und dann du und dann er und dann alle waren einfach bei mir. So, hier hin. Ähm, dann hier hin. Und... Komm, ich wollte da hoch, was hilft euch? Und dann hoch? Zu mir. Okay. Okay. Und dann? Folge... Äh... Folge mir. Folge den Loot-Train. Und dann? Kriegst du die Kiste? Ja, wo bist du? Ich bin noch vor dir. Da vorne ist die Kiste drinne. Ja. Wieso? Die da. Break your fucking neck. Die, die glänzt schon. Wurde es poliert. Abo, umhack. Ja, Lauren. Wollen wir mal vorgehen? Komm mit. Oder pasteln da. Warte. Ja, rechts und da... Nein, noch. Und... Jetzt... Moment. Also mal laufen, bitte. Hier bis hier hin. Nicht sprinten, nicht hüpfen. Jetzt hier sprinten bis hier hin. Wird geduckt. Oh Gott. Chili-Milli... Chili-Willi machen. Unternzusten. Warte, chill, 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 chill. Ich schau mal in den Umhang schnell. Sieht es fresh aus. Nein. Okay, warte. Erstmal Mode, das ist richtig. Und ganz normal laufen. Ganz normal laufen. Ganz normal laufen. Ganz normal laufen. Die sprinten. Hier hochlaufen. Ganz normal laufen. Wir müssen nicht hüpfen. Ich komme nicht mehr hoch. Ich komme jetzt mehr hoch. Ich komme hier. Und dann sprende... Klüpf der rüber. Gehst du nach unten? Wenn ich nach unten gehe? Ich kann. Oh, warte, 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 warte. Jetzt, 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 jetzt. Nein, warte, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. ich bin ja nicht bewegen okay warte jetzt das war knapp fahrer wie ich hab's gemerkt ich hab nur so weh 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 da ist wieder auf also start ja der hat mich ja echt was klingelt erstes mal als wir das nur einen klang macht und was um so fest ist geht jetzt weg aber nee der ist extra noch mal dick wie so neun oh nein ich werde hier hundertmal sterben easy bei jäger muss ich mir immer auf akkus klingeln erwarten aber hier einfach runter springen jawohl oh ich könnte darauf landen weitergefallen uhr es war so knapp man es ist 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 es oder das darauf landen sollen Ah, wurde ein Checking gemacht. Ah, komm. Moment. 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 Wer hat mich runtergeBERn? DIN DIN. Äh, warte mal. Vince, willst du mir grad erster frei machen, dass wir jetzt schon bei Theon sind? Ja. Ging Schnell, ging Schnell. hatte ich auch so das Gefühl ungewohnt schnell wir nehmen wieder weitere lekte würde ich sagen das geht am einfachsten ich gehe da mit dem Relekt rein mit ihr du nimmst dann da ich geh mit dir rein wir gehen rein, gewinnen und der bessere wird gewinnen kommt im zweiten auch mit rein im Notfall kommt noch jemand noch rein na mach ich schon mit dem Schild oh warte mal kurz ich muss äh äh ich bin dumm so hab's gefunden das ist immer noch das geilste gewesen ne ne ich hab's nicht gefunden ich hab's nicht gefunden na dann na dann Moment bitte bitte kurz oh warte ich muss auch einen anrufen shooth ah jetzt hab ich gefahren hoch kanske geklemmt ich hab's nicht gefunden Aber dann sind sie jetzt dazugekommen Wozu sind wir gekommen? Nicht solche Ausdrücke, ja? Dankeschön Hab dich liebens Haben wir den Vorwächter eigentlich schon geholt? Ja, den hab ich auch mit meinem Hammer geholt Ja, wieso gehen wir da nicht rein? Laureen, halt das mal bitte auf Warum wirklich? Zweimal Weil irgendjemand fucking ein Schuh hat Yes, eh Ich Definitiv Ich geh jetzt nicht mehr Äh, behält links auf Weil da ist einer drinnen Ich geh Ich geh Du gehst Bin Ich glaube an dich Schaffst du es? Oder soll ich mit dran? Ach, ich folge dir Ja Gibt's nichts mehr viel zu tun, halt? Ja Ich nehm das Relikt, wag es nicht Ich nehm das Relikt Ich nehm das Relikt Ich nehm das Relikt Ich nehm das Relikt Kling ein Warte Okay Ich seh was Mann, seh ich viel So viel Okay, äh, Faska hältst du auf? Bist du schon offen? Wir haben schon beide draußen Oh Halt, ich geh auf was andere Ich wär froh, wenn mir alle bei den Minutaurern helfen würde Direkt wieder rein Helfen würde Hä? Es wär schön, wenn mir alle bei den Minutaurern oben helfen würde Ähm Mein Bildschirm ist schwarz Wo bist du? Weißt du? Hinter dir Hinter dir Okay, danke Oh, okay, danke Aber wir haben sowieso schon geschafft Oh, scheiße, jetzt hab ich ausversehr meine Super-Gesetzt Ich hab die Risse für die Arme bekommen Ich hab, ich hab nichts gekriegt Äh, geil Ich hab nichts Okay, jetzt geht's sofort weiter Es geht sofort weiter Also Das ist geil, ihr könnt schon auf Artieren schießen Das macht zwar noch nicht so viel Schaden Ich würde die Raketen fassen Nicht Lass mich Nicht so Nicht Das kann einmal nicht Nein, 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 nein Okay Sag dann Bescheid dir Yese Es stand nicht eben gerade links unten Scythor ist aktiv Ja Nein Achso, doch Doch, aber wie ist es keiner drin ist Jetzt Ah, ne, hat keiner Ah, der hat hier und öffnet den Zeitstrom Jetzt Ich hab' mir aufgefallen, wir sind alle drei Klappen auf einem Posten Und so Ihr müsst die Orakel kaputt schießen Oh ne Ich bin vorbei Oh mein Ich bin vorbei Ich bin vorbei Warte, das ist unser erster Vibe Warte, das ist unser erster Vibe Da muss ich jetzt, musst du einen Clip machen, da Hoffentlich gehe ich jetzt gleich rein Erster Vibe Hoffentlich bin ich nicht dran Ich bin dran Hoffentlich gehe ich auch rein Ich bin rein Ich bin nicht dran Ich bin nicht dran Ich bin nicht dran Es ist schön Ne, es ist nichts Ich bin warm Was? Aber euch geht's auch noch gut, oder? Ich glaube nicht, dass es ihnen gut geht Ich hab' grad Tabletten genommen Ja Ja Und deswegen Ja 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 Ich hab' die Maske von ihm Ja Hier vorne Ich lass dich hier draußen allein mitz Geh rein Vorsicht, da wird bei mir der draußen Ich kann dich doch nicht alleine lassen Ich fick' das hin Was? Komm her, komm her Gashi, komm her Oh, der versteckt sich da Ich muss reingehen Geh rein Ja, ihr habt eure Hake vergessen Was? Aber wo? Es war gar nichts mehr Am Anfang Das erste übersieht man Ne, das erste hab' ich kaputt gemacht Das obere Das erste Ja Ja Ich hab' drauf geschossen Das weiß ich nicht Oh Okay, wieso sind wir jetzt gestorben? Weil da rund noch drin war What? Okay, jetzt nicht choken bitte Vielleicht bin ich mir da reingegangen Weil wir sowieso hatten Ich sagte nur So, just do it Tschüss auf Arteon Wollen wir jetzt nicht wieder ran Wollen wir jetzt nicht wieder ran? Wollen wir jetzt nicht wieder ran? Geile Binde Boah, bis du was sechs Jahre alt Ich hätte versuchen den ganz langsam so zu legen Natürlich Das geht sogar Ey, guck mal die geile Challenge Theoretisch eigentlich Könnt das sogar Ich stell jetzt mal mit noch Pfeilen vor Pfeile vor Pfeile vor Pfeile, Bubble Kommt ja zu mir Moment, Moment, Moment Ich mach dich gleich wieder reinig Rechts Aiden Keller geht rein Pascal komm hoch Ja Die Dings kommen Die Bitsteller Das sind selbst immer da Vorne Zahl x judges Wie du jetzt Ich brauche den mal wieder Fritz R将mer Mir Monitonen Ich krieg keine Schau, siehst du jetzt drin Machen Tour Raus Ich mache draußen Kommt raus Kommt raus Kommt raus fold Sollte alle draußen farmer ich bin ich bin ich nicht berührt das regte der match wenn sie kommen ja ich bin unterliefern wir raus auch gott wir könnten so was von das ist doch nicht so gemacht der ist tot opfer text mythoclast auge von atheon auge von atheon eisbrecher und zerspiller sprich mit lakshmi ja ich habe noch eine confluence bekommen und die ganze atheon rüstung jaja ok ich würde sagen direkt nach krotha never stop running system das geht ja schnell krotha das ist ja abgehackt ja dann lass mal schnell starten moment hä? vertritt die gleser kann uns zerstören oder? hä? ich hab doch hä? du musst atheon zweimal legen ne 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 du hast das auge jetzt im inventar drin und kannst es musst es zerstören ja ich weiß ich hab schon richtig und was kriegt er dann? na musst du zu lakshmi keine zeit für erklärung kriegs glaube ich oder? ja 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 in der zeit wo ihr dann schon mal zum rota red fliegt dann tue ich schon mal auf meinen hunter same aber auf dem urlog auf dem hunter 400 woer lok 400 wow jetzt fühlst du dich oja jetzt fühlst du dich oja das war eine anleitung vorhin auf dem post dir unter dem post tsch ich halte mein maul joo rollmints wie geht's dir heute wie geht's dir heute geschi geschi besser hunter geschi nichts ich immer irgendwie gerade wer isst so vom schlussmann nicht essen schon ist aber nicht vom mikrofon darf man nicht man ist nur mit gemüt am tischtecker man ist nur am tisch am klo darf man aber man ist auf dem klo beim scheißen wieder richtig unterwegs oder was wir gehen gleich wieder raus rutsch einfach durch die nächste krise wenn ich wieder nicht tropfen hallo lakshmi nicht gewinnen also ich muss ja beim kopf was ist noch eine mission du musst ja insgesamt zweimal hat hören legen muss jetzt noch mal zum dämmerbruch auf die erde aber das machen wir zum glück jetzt nicht ja wenn du lieb bist du mal kurz im tresor und danach gehe ich auf den jäger obwohl was für mir krotha nur ich mach ich mal ganz schwer träger kann ich machen mir ist egal machen wir die phase normal oder mit sich einer einfach rüber und die anderen glitschen sich nach oben ich muss mich gar nicht nach oben glitschen ich bin ein bildet sich dann an der brücke oder ich mache so wie wir schon gemacht haben ich belebe ich will mich auch mit wieder da geht da kann gar nicht über oder kann auch hohe er kann immer nur sehen oder sie oder kassi einer von euch ist truppe führer und dann auch noch wird gleich nicht mehr hütteln geht hütteln die sterben du bist schwer träger du darfst zu sterben und bitte auch nicht kommen wenn dann so wie viele stream zuschauer haben jetzt 56 56 ich war gerade nein das war nicht okay alle leise sein und ich sage einmal was so warte ich pack noch mal schön hier warte warte wo ist es wo ist es ich habe den great von abgeschlossen schlosser guck mal meine wissen kann ich hab den richter gemacht dass das war ja ich habe makellos und dann habe ich dann habe ich dann habe ich dann habe ich dann wenn es will es nicht vorgestellt wenn es will du du dir mal bitte aus ich hab scharlach gespielt soll ich soll er den tropfhörer wiedergeben oder wie ja zum auswählen bin ich gut genug genau das hast du gut erfasst habe ich gut gemacht oder meine so schnell wie ich so die tasten gedrückt habe ich meine kann nicht jeder ist der ja wirklich probst du hier wo es hat man jetzt wie viele zuschauer haben wir bis unbekannt so viele unbekannt und fragezeichen sind so viele das kann ich will nicht mehr zählen bestimmt gar keine low body knows hoffentlich kriege ich dieses mark roter Hunger ich will was sind wir mit der Musik los? warum geht die Schuhe da nicht? meine Musik? ich hab auf meine Musik so, na cool, wie viele Sachen gibt's, ne? da ist es doch, Counter-Strike von Antrax Antrax Original Jahr 2 Eisbrecher ja ja und das Sniper sollte ich nicht spielen richtig richtig äh, Pumkan sollte ich nicht spielen richtig richtig ja, am Anfang kannst du eigentlich, also das ist relativ ja, lass mal kurz meine, meine Kiddie-Cat rauchst also bis die Kiddie-Cat oder Krüppel-Cat, ist dich allo mal sehen, wie weit es die Granate reinwerfen kann Pascal, äh, ich meine, das hab ich mal sehen oh, bis später oh, oh, die kommt jetzt gut oh mein Gott, die kommt gut an sie neben mir? oh mein Gott, die ist schon unter dir die ist unter dir? äh, wohnt du mir? ich sehe sie nicht ich sehe sie nicht wir alle geht, Mann, ich bleib einfach hier ah, ich bin auf die gelandet und, und tschüss wieso gehen jetzt alle runter? ja, ja, wir sollen nicht ja, und, also wir wollen ja Raid machen wir wollen ja Raid machen wir wollen ja Raid machen ich weiß, ich will Bock hier weil du nicht runter kommst nein, du musst dann den Sprung nach vorne mitmachen wenn die Plattform schon weg ist warum hab ich sechs Kerl auf eine Rakete? vielleicht Brust und, beinahe? nee, ich meinte eigentlich warum hab ich volle schwere Moni, obwohl wir gerade jetzt angefangen haben kein Bock mehr da oben Gesundheit 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 okay also ich meine Warte Fabi und ziemlich langweilig hier ja, was ist hier eigentlich, ich war hier noch nie darüber warum, warum Bettmann Hund muss ich verstehen warum ist der Hund, nee, kann man nicht und die Hunde Laufung Nö, nö, nö nö ich und mein Hund mir ist noch nie aufgefallen, dass ich hier so ein komischer äh und zu trennen und warum heute da gönne ich wieder bis zu eines wunderbares exemplares Holz sein will nein, Stand und nicht nur weil man es sich in den Wohnzimmer stellen kann nein, man kann ihn auch nach Kian jetzt noch mal alle in den Sitzwunsch, ja ach ich hab mein Holz nicht, was auch so sein ist die gleich fertig ist die gleich fertig ne wir lassen uns Zeit aber alle sogenannten die 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 ich krieg jetzt auch endlich mal schwere muni geil kein jener ich sage es kann man nicht ohne scheiße ich habe ein Loch ja ich habe nicht gesehen doch gelaufen musst du nicht ich bin gesagt oh gott oh gott ich hab ein schönes leben wärst du gestorben ich mach gleich gar nichts mehr alte fresse alte schnauze wollen gar nicht mal langsam runterkommen wie viele leib eingestellt um ich weiß jetzt nicht mehr wollen ich habe mich direkt schon ich komme runter und weiß nicht wo ich bin wenn sich leute belassen die oka ach wie nett weil ich jetzt eisbrecher ausgerüstet habe richtig das kostet ich hoffe schon oder ja diese geste alter wenn wir noch einen kopf schießen dass ich mir die gekauft habe gut bei der oka sind tot ich habe hier nie so ein fall das ist doch tja das ist ja das warte wollte ich mir mal warlock spielen das bin ich mit meinem jäger da hat aufgelaufen ich weiße nein nein ich kriege so ein rüstungs toll doch da gesprungen oh ja hier ist auf einmal und direkten retter gespuckt oh ja scheiß auf scheiß drauf praktisch für deine maut ja lass dir übersehle ich hab dir auch bekommen endlich ich habe sie so doch mal Zeit jetzt warum wollen auch leulich gesponnt erlass da über sich endlich endlich das ist das nicht vorstellen wie lange irgendwie was glaubst du woher ergriff von Marlok so dass die sein hat genau davon hier richtig geil finsternes brecher projektile werden den wall der dunkelheit der scharlretter durchschlagen mhm so ein geiles gewehr eigentlich vollautom aaaaaaah so gut er freut sich halt wenn ich das lange nicht mehr bekommen habe das ziel mhm ich hab mich jetzt nur noch über Dings ich kann mich auch wiederbeleben gell justin wer geht denn jetzt rüber bist du da hochgekommen ach ich kann auch mit rüber eigentlich aber du belebst dich doch wieder also ist deine entscheidung also ich bleibe ich bleibe mich auf jeden fall wieder ich hab ja eisbrecher ich bleibe mich auch wieder ich bleibe mich auch ja gut dann bleiben wir beide hinten und eine geht rüber ja ich komme nicht drüber mit dem jäger müsste ich auf weiten wechseln wir bauen die brauche die brauche die brücke auf dann kann sie mit dem schwer ganz gemütlich rüber laufen ja ihr baut ja auch ja dann geht gern rüber und dann läuft einer rüber und dann ja wenn wir so machen können wir machen ja dann holt ja dann holt links erst einer drunter rechts erst einer drunter dann könnt ihr die mit aktivieren warte ich nicht drauf nicht drauf geh weg runter 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 und jetzt hat das karte bleibt du rechts einer rechtlich und jetzt kannst du drauf jetzt könnt ihr mit auf die plattform kommt dann drauf bleiben ja das war zu früh genommen ja vielleicht geht es nicht auch ja vielleicht geht es nicht auch ich bin drüber ich bin drüber gewesen und dann bin ich einfach gestorben ja du warst aber noch in der zone ähm rechts links geht keine mehr drunter oh danke ich geh rüber ich geh rüber bei mir ist das schwert okay okay ich kann mich nicht wieder und alle runde doch ich habe kein wiederleben ich habe kein wiederbeleben warum gemacht er war noch in der drauf bin runter gegangen ist nicht schlimm wir machen es jetzt noch mal wir warten einmal kurz meine und das ist super aufgeladen sind und dann machen wir das ganz entspannt da könnte ich ja wieder hochgehen wieso du willst doch als erster über die brücke gehen und nicht wieder können killer darüber diesmal soll erwarten mit dem schwer aufnehmen ich bin gleich wieder dahin muss eben schnell zu haus gehen muss eben schnell österreichische sache machen so muss ich dann bald auch österreicher sachen machen weil ich das will dazu passen so ist so irgendwas österreichisches und danach ist so dass wir sogar so irgendwas mit oder oder bieten wenn ich einfach nur heute sind kannst das nicht der heute heute noch nie ui da können nur österreicher ich weiß nicht warum wenn deutsche oder sagen dann hört sich das so komisch an oder wenn es einmal oder hat einmal oder heute nicht oder machte gerade wassergeräusche so ich habe mich das Also meine Super ist jetzt fertig. Meine Super ist jetzt schon fertig? Ja. Du bist ja früher gestorben. Warte, hab. Ja, oh, ich bin auch so doof, ich hab meine Superstufe nicht auf 5. Ja, kein Wunder, ich wundere mich. Mann. Schon doof. Mal sehen. Warte, warte. Ich glaube, ich hab Scores, aber dann stelle ich mich mal eben neben dir. Neben dich. Neben. Ich. Neben dir? Fragezeichen. Ich hab's halt einfach echt so wie mit Fragezeichen gesagt. Ich muss kein Fragezeichen sagen. Fragezeichen? Gut. Meine Super. Ich glaube, auf dem Weg bin ich raus aus Destiny. Und danach machen wir auch nichts mehr in Destiny. Oh, ich baue noch mal eine Minecraft-Spur. Ich baue noch mal eine Minecraft-Fest. Hohem? Was weiß ich. Stadt. Mit Mauer. Willens. Kannst du losgehen? Ja. Hast du danach Lust auf Minecraft? Ich such den Bauer, der mir beim Türme bauen hilft. Erstmal. Ja, okay. Kann ja nicht schaden. Gut. Pascal, du auch? Ich mach meinen Pader Verwalter. So. Was macht er? Gut, dann lass jetzt aber erstmal den Raid abschließen, ja? Darüber können wir später quatschen. Ja. So. Nein, wir warten jetzt nicht. Okay, einer rechts, einer links rauf, würde ich sagen. Ich geh mit da. Also sag mir, wenn ich springen kann. Okay, Pascal, wir können rauf. Ich bin schon drauf. Ja, dann geh doch mal drauf. Schatz, geh in die Mitte drauf. Gut. Gut. Wenn dir der Typ zu nahe kommt von oben, Yala, ich ihn weg. Bleib ich ihn weg, Yala. Du snipst ihn mit, ja, fix. Easy. Everyday you got some fly Shader. Noch nicht töten, nicht töten, nicht töten. Jetzt töten. Ich springen kann er, das ist kein Ding. Jetzt hat er genug Zeit. Töte noch einen blauen mit. Und jetzt versteck dich irgendwo. Gut, ihr könnt wipen. Ja? Ja, er ist drüben. Ach, sobald er drüben ist, können ja... Trotz. Der war zu früh, Pascal. Ne, war es nicht. Du musst sterben, Pascal. Ne. Ne. Doch. Ne. Ne. Doch, war zu früh. Ne. Ja, sag mir. Der drüben oder der oben, sagt an, man hier wiederbleiben könnte. Genau. Oh. Sachen geht's. kubi kubi warte wenn es auf die meisten überlassen über das ausprobieren sagen wir die zeit haben das könnte mein tod oder ist hundertprozentig mein tod wahrscheinlich mal sehen und kubi war nicht weit weg kubi kommen die hätte die hätte die hätte was für eine granate zu früh warst du lachst du hast kein recht zu lachen warum aktiviert sie dinge es hat nichts damit zu tun es ging damals auch ich auch nicht man es wäre nur noch deine loga oga links gewesen ich habe meine kommt her zu mir alle die ulti brauchen er hat keiner gesagt ich darf nicht versuchen niemand muss ja wenn es jetzt denken können wo ich dir getötet habe ja ich dann so und was jetzt und dann auf einmal habe ich das rote gesehen nach der schaut auch wenn wir kommen das bach sein aber die da bleibe ich oben richtige entscheidung schau wie jeder hier einfach so und ihr auflädt und der noch jemanden drauf auch keine ulti ultis werden überbewertet echt so und jetzt nur für die schlechten hat ist was jetzt lustig wer na wenn ich meine holt jetzt benutzen würde moin decker okay man kann sich schon voll habt ihr schon wenigstens die hälfte kommen wir uns nach FEDECK da kann der Rakete vorbeigeflogen oh mein Gott ich hab fast reingejumpt rechts steht er auch ganz ganz drauf ich hab deine Rakete vorbeigeflogen ich will dich treffen der Rakete vorbeigeflogen ja warte 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 ach ich hasse dieses Geräusch das ist das Geräusch das ist das Geräusch alles von diesem Kreis ja ja du weißt nicht wie knapp das immer ist du weißt nicht wie knapp das immer ist ich hab mich schon da selbst was war das? ähm okay bin drüben ja wipe ja wipe ich kann mich irgendwas kürzen ich muss kurz warten wir brauchen zu lange stepp doch da rein 3 2 1 INES 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 das hört mich wagen warum aktiviert die Totems ich hab diesmal nichts gemacht weil jemand zu nah dran ist nein willst du die richtige Antwort wissen na weil er da drüben viel rumhift das passiert ja immer alles gut alles gut ab kontra zin mhm ja uff 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 uah 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 Oh! Oh, oh! Oh, oh! 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 Oh, wie lucky du gehst, Alter! Das war's! Das war's! Okay, warte! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Nein! Der Held ist raus! Der Held ist raus! Wind! Der Held ist raus! Komm, zu! Nein! Besser? Ja! Bist du ein bisschen dabei leise! Besser! Geht! So, ihr... Wer geht wo lang? Ich geh links! Mit Laurel und Pascal! Ich geh rechts! Ich lock die Hexe gleich vor... Ja! Ja, mach mal! Die sinkt schon! Ach so, ja! Ich wollte gerade... Ne, passt! Hat sie schon? Oh! Ja! Hinter mir ist ein... geiler Ritter! Ja, rein, Digga! Back! Raus! Auf der anderen Seite! Links, komm! Oh! Geil! Ah, ich hasse dieses... Hufeisen-Perk, dass die... Granaten zum... ...kanzner... ...instudieren... ...wenn der Gegner hofft... ...direkt vor allem steht... Du darfst vor... Jooo! Cobi! Oh, Gott! Bro! oh mein gott frame drop ich echt nicht oh mein gott nein hervor das nicht ja 1 ist und hätten dich jetzt alle angeschrien beleidigt was war gerade damals grundsätzlich der gern bekommen wird angeschrien beleidigt ich hatte fast geweint dass ich die gern bekommen hatte ich habe das nur am ende wo wir guter gelegt haben so jemand hat ja lange kommen ich guckse daneben so ist ja mein name so ich habe ich habe sie alleine geholt das war ja wo die erste kiste hier noch exo war habe ich gar bekommen danach bin ich in der party rein ob ich da bekommt dagegen beleidigungen los ich habe doch mal alle im kurs zu lassen ich habe doch mal alle im kurs zu lassen Oh, natürlich Warte, dann muss ich einmal zu meiner Pumka wegkillen, ich hoffe, oder? Ich hab keine Raketenwerfer, Muni. Na, Spaß. Linksfern. Okay. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Und raus. Jetzt. Jetzt. Okay. Und. Schieß. Schieß. Ach, das hat sogar gereicht, glaub. Güter gefallen. Alles gut. Alles gut. Übersehle. Übersehle. Geh, bereit. Und schieß. Nein, übersehle. Nein, übersehle. Oh. Wir haben sie. Warte. Und schieß. Oh, scheiße. Nö. Oh. Und rein. Egal, 2000. Ja, die Ritter haben richtig Damage gemacht auf einmal. Ja. Soll ich da ein Pfeil aussetzen? Nein, bringt nichts. Doch, auf die Ritter bringt was die, die schießen dann immer, die sind ja gestunt. Doch, ich würde ja noch auf dem nacht werden aber alles machen. Alles gut machen, oder? Alles gut machen, oder? Alles gut machen, oder? Schau, ob wir ihm die Hand schauen. Schau, ob wir ihm die Hand schauen. Hütten nicht, hütten nicht. Hütten nicht. Mann, scheine, dass er jetzt nicht da steht, dass ich ihn aufs Korn nehme. Man scheint, dass er jetzt nicht da steht, dass ich ihn aufs Korn nehme. Komm mach! Komm mach! Hey! Hey! Au! 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 Die Ritterloh! Nee! Nee! Ich töten, wenn der nicht die Hexe kommen würde! Lass töten, okay! Lass töten, okay! Okay! Oh! 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 Okay! Geht alle auf Position! Alle auf Position! Okay! 3, 2, 1 und raus! 1 und raus! So, ist die schon alle draußen! Hey! Das liegt die Hexe! Okay, ich hab's! Okay, ich hab's! Oh, warte! Okay, und schießt! Okay, und schießt! Unnötig! 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 Jetzt müssen vielleicht nur zwei Leute schießen! Vielleicht nur zwei Leute raus! Schießt, 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 schießt! Die schießt, schießt, schießt! Die schießt, schießt! Der ist noch im Moon! Der ist noch im Moon! Jetzt! Jetzt! Aua, die schießen auf! Aua, die schießen auf! Ich hab Glühüh und Kryptographen bekommen! Und schon wieder Code das Wort! Und schon wieder Code das Wort! Er war Code das Wort! Er war Code das Wort! Ihr wollt nicht wissen, wie niedrig meine Lebensanzeige ist, ne? Wie niedrig meine Lebensanzeige ist, ne? Ich seh sie nicht mehr! Nö! Nö! Interessiert uns auch nicht! Ich hab' immer gebraucht! Ich hab' immer gebraucht! Immer bekomm' ich unnötige Sachen! Kobi! 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 Mike! und weiter geht's weiter geht kobe wieso habe ich gerade eine hitmarker anzeige gekriegt light shotgun light shotgun wieso bin ich die ganze zeit weak weil du dich tot warst und weil irgendwie noch krodas anwesend ist er ist halt da ist und lichtung jetzt müsste der bachseite und uns alle hier fix wir warten gäbe ist warte ich kenne mich eben schnell nervt mir nicht aber ich gebe ihn aus welches nein ich hoffe es nicht wieder gefallen ich dachte es hätte am anfang nicht geschafft nein 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 leute ja das ist so lächerlich ich rutschte die als manorin du stehst die ganze zeit rücknehmer kann mich mal wieder beleben ich hab keinen bock wieder zehn kilometer weiter zu springen du bist eh unten gesponsed diesmal mache ich jetzt safe komm da nicht mal rein nein 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 was was ich bin einfach irgendwo ich bin jetzt wieder weg tschüss ja ich werde ich würde hier nur mit schwertbuch kommen man kann ja irgendwie bis nach da ganz oben kommen auch wenn meine granaten rückkehr 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 wie bist du da jetzt weiter hoch aber richtig ich muss danke für die leute nächstes mal wieder nichts unverdient ich gebe dir gleich ich hab Hunger und jetzt so ne Maschine ok passt was nein was nein doch ne morgen doch richtig morgern morgern mein kreis und ich schaue ob ich irgendwas zu essen finde also bis gleich bis morgen sagt mal danke ja kein problem wir haben zu danken wir haben einen gesucht nicht du wir haben einen gesucht nicht du ähm ja kein problem wenn wir mit dem ztl machen können ja klar tschüss 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 kauf dir mal ne tüte deutsch hat mir auch geholfen ja alter um ob die jahren kann man machen wir werden morgen machen morgen um zwei ist immer dann noch mal denke ich muss um den d um den dreh plus minus kalb schon auf jeden Fall um das heißt als er dann muss mich einfach hätten auf xbox wollte gesagt hier oder ein von uns wenn er mich hat er wollte kanäcki hier oben rechts kann so die Anäcki wollte gesagt wie gesagt halt also wir sind halt xbox gell ich weiß nicht ob du ps4 oder xbox wollen bist ztl auf jeden fall wir werden halt eh morgens hätte er machen ja na eben schnellste achse legen machen es war normal dann kriege ich mir fehlen nämlich nur noch schuhe habe ich die rüstung voll und dann können wir hart machen ich hab krux von krotha habe ich nicht geguckt fuck es könnte es wäre eine möglichkeit gewesen weil mein intar voll ist sch abgrund trotzdem habe ich bekommen und nochmal glühen krux von krotha so waffen da ist sie unmantelung der grube schade ich spiel jetzt mit dem mantelung der grube ich mach mir dings krux von krotha ich mach mir necrokasm ich bin ja schon bei zufrieden halt wenn ehemalige verbündete ausgeschaltet werden ach du musst die schad hütteln ja aber was das ist du brauchst du brauchst du brauchst was du bei eris kaufen konntest um auf einen nutzer benutzer zu kommen ja die gibts nicht mehr hahaha hahaha cool warte warte guck mal zu eris eine sekunde vielleicht hab ich die noch er schreibt mir ne nachricht oder add mich dann einfach auf xbox und passt das schon ich könnte schwören ich hab noch ne beisamierung ich könnte schwören ich hatte noch ne beisamierung hat da wohl jemand keine beisamierung zu googeln die gibts man ja Gud 哈哈 hat dass ich nichts gehört hab was er gesagt hat fte nein hat hat lust auf und habe eine balsamierungskugel noch mal guck so ein krotha und eine balsamierungskugel schade ist richtig etwas gelacht wenn du keine gehabt hättest ich hätte mich so getötet ich hätte mich so um meinen ich habe mich umgebracht er lasst die Überseele Atheon-Sepilog wegpacken also mit diesen Gashi sage ich wir sind ja auch im Stream oder genau die Leute weiß ich so der deutsch der deutsch so ich guck mal einmal warte 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 so ja ein Waffe ja eins Waffen so so wo haben sie gut hände scheiße ich kann sie mir doch noch nicht holen richtiges Werkzeug für einen hüter das hast du dir verdient hüter nimm es noch nicht entdeckt aber ich krieg die ich krieg den necrochasm ja du musst erst mal deine Dings hochspielen in der Grube musst du ein paar Kills machen an der Schar und dann musst du was wenigstens kugeln und dann ja und dann musst du da die Dings hochziehen geht das nicht mit Dings ähm mit äh Lichtvertikeln nein nein man doch doch müsste safe gehen nein nein Waffen Rüstung mal sehen also erstmal muss ich die 100 Kills mit Dings machen aber das machen irgendwann dann nochmal mal wenn es es wäre dann auch schön wenn du irgendeine Idee hättest mit einer Mauer die dir aussehen könnte ja aber ich muss sagen der Stream war dann doch noch was wir sind noch nicht nach dem Motto hier hatte ich jetzt noch vorbei ups ich will mir einmal noch ein bisschen mehr Salat weil ich mehr so nö ich will mir jetzt auch was zu essen so so bin wieder da ich will mir jetzt Minecraft hallo hallo die anderen irgendwie nicht da oder noo nee die sahen so nicht hat was zu essen wer kann im Weg darauf hin dass er kein Kult im Leben ist ähm ah Sarris Galiot Strike Gruppen Kommitart will ich, Alter Das Schiff ist so krass eigentlich Ist einfach krank Voll verrückt, Junge Oh, nano phoenix oder preisrichter Carfairn, dann auch geil Ja, genau Wie fliegt es sich so? Ja, dann mache ich den Zoom jetzt aus Dann sehen wir uns morgen wieder Bei Zonder Maschine auf jeden Fall Ja, dann sehen wir uns mal wieder Ja, dann sehen wir uns mal wieder